Lauf nach vorne, zieh, 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 los, lauf, 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 jetzt, warte, schick dich um, jetzt hock dich rein ins Konzertzeug. Und, aber geht runter, oh wie, schade, also wird wahrscheinlich nur ein Abgleiter werden, aber leider keine Ablösung. Eine kleine Falke vor uns, siehst du? So ein Pilzer benutzt du nicht. Bitte? So ein Höhenmesser, hab ich vergessen. Aber hier hat man ja ein bisschen den Bezugspunkt. Ich spüre das auch am Schirm. Das ist einfach ganz schön, gell? Ja. Super. Das haben wir doch ein paar Meter gemacht wieder. Jetzt rechts rumlegen, legst du ruhig ein bisschen mit in die Kurve. stand Netflix aus. .... Credités bliecks Tänker voll Tänker Tänker 2004 stopped Fertig Los tri und das auch mit Wenn der Fahrt durch ihn ist, wenn er dann kommt, dann kommt er. Dann fliegt er wieder rein zur Fahrt. Wirst du, wie es da hoch geht? Ja, schon wieder runter. So, jetzt sind wir schon wieder höher als Ausgangshöhe. Das kannst du auch noch nach hinten machen, das ist viel bequemer. So, das habe ich jetzt gerade gesehen. Mach hinter mir nicht kaputt, mach da hinten durch. So ist bequemer. Sitzt du richtig drin eigentlich? Ab jetzt, ja. Das habe ich jetzt für lauter Kämpfe gar nicht beachtet. Ich habe gedacht, das wird höhen. Du, das ist kein Bleit hier im Fliegen. Also ich bin auch nicht höher angstfrei. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber du hast hier so, wie wenn du das jetzt lift herst. Du hast die Beine vorne dran. Und das ist dann einfach super, weil du dann gar nicht das Gefühl hast, du buchst jetzt leer. Und dann geht das gerade. Sauberflucht, oder? Ja, Schicht. Und dann geht der Träger. Überleg mal. Der scheint noch zu, aber jetzt auch zu. Es ist doch nicht so dumm, dass man so gut fliegt, weil jetzt mal runterfliegen ist natürlich einfach. Ja, gut, ist ja klar, aber vorhin hat es nicht gereicht. Jetzt sind wir zu. Das ist mein Auto, mein Auto, kommst du an den Punkt ran? Ja. Ich weiß nicht, ob das gelbe Auto noch läuft. Das ist ein Fremdienst. Das ist ein Fremdienst. Das ist ein Fremdienst. Das ist ein Fremdienst. Dieses Scherz ist ein Fremdienst. Das ist ein Fremdienst. Ein Fremdienst. Ein Fremdienst. Das ist so gut. Genau, wir können uns so ein anderer Schirm mit Monopold machen. Wenn du mir später deine E-Mail-Ausweise gibst. Genau. Ich schalte früher wieder. Ja, ich komme da. In der Lande oben. Der ist ja noch dort der, Michal. Da haben wir fliegen. Hast du das, was du sagst? Ja, genau. Michal, bleibst du hier? Ja. Ich lande da. Oder du musst gucken vielleicht, wenn ich hier landen kann. Ja. Natürlich schon wieder Höhe versemmelt. Das heißt, wenn jetzt eine schwache Phase kommt, durch diese Abschattung. Das weiß ich halt nicht. Wieder nett zum Hochbebleiben. Ja, dann müssen wir halt auch rum. Ähm, jetzt haben wir es wahrscheinlich schon versiebt. Schauen wir mal. Ich glaube jetzt jetzt ziemlich richtig runter. Und wir knappen mal das Wache scheiße. Und jetzt mal eine Trauerweilbe. Ich zeige es doch. Mal wieder ablösen. 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 Ja, ich brauche auch nicht mehr Thermik. Aber die betrage halt auch mehr Thermik. Weil die Geschwindigkeit ist halt beim Bleitschirm einfach blöd. Mal wieder ablösen. Mal wieder ablösen. Mal wieder ablösen. Ich komme nicht in eine schwache Phase. Die Fracher liegen grundsätzlich eigentlich auch besser. Weil ich meine riesige Geräte nicht mehr weist. Wir haben Düsseldung, die geht davon und wieder raus. Wenn die Sonne nur kurz mal es käme. Aber die sitzen gerade mal so lange vor. Wo geht der Düsseldung? Ja, ich komme dann schon vom Innerland, dass wir gleich was wieder schliessen. Ich glaube, das war es. Schade. Naja, immerhin. Also mit dem Flug kannst du zufrieden sein. Ich halte es auch. Okay, wir müssen dort unten landen. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter pfeifen. Nachher machst du dann die Arbeit nach vorne. Und richtest dich im Kurzzeug auf. Machst dich laufbereit. Fängst dann schon in der Luft an zu laufen. Also wenn der Bote dann nahe kommt. Einfach weiterlaufen, laufen, laufen. Dann merkst du, dass der Schirm. Guck mal, der steigt da. Guck mal, der rote. Dann haben wir noch eine Ablösung bekommen. Dann müssen wir gleich fliegeln. Lauf, 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 lauf. Sorry. Alles gut? Jaar, verrückt. Aller hier. りました- Bis zum nächsten Mal.